Ein wunderschönen guten Tag liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Höffi Show. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben heute ein ganz tolles Produkt für Sie, Polly, ein Konfigurator und was das genau ist, das erklärt Ihnen heute die Melanie. Hi Melanie! Hallo Claudia, ich freue mich, dass ich wieder mit dabei sein darf. Melanie, erzähl uns was über Polly und am besten vielleicht erst mal den Preis. Oh ja, ganz wichtig und zwar auf den bereits rabattierten Preis bekommen Sie 15% Rabatt auf jedes einzelne Teil. Okay, was kann ich mir denn alles konfigurieren? Du hast die Möglichkeit zwischen super vielen Variationen, das heißt einen Einsitzer, Zweisitzer, Dreisitzer oder zum Beispiel eben auch diese ganze Wohnlandschaft, wie wir sie hier sehen und diesen Longchair zum Beispiel auch mit dazu. Ja, hier kann man schön chillen, die Füße hochlegen, das finde ich echt prima und sag mal, die Lehnen kann ich mir die auch dazu konfigurieren? Die kannst du dir auch dazu konfigurieren, das heißt hier zum Beispiel bei dem Einsitzer hast du die Möglichkeit, einfach noch eine zweite Lehne mit dazu zu konfigurieren und dann hast du einen schönen Sessel. Es gibt drei Farbvarianten, einmal Schlamm, einmal Grau und noch Anthrazit-Dunkelgrau und es kommt alles nackig und dann ziehst du das nämlich selber an. Oh, ich darf selber anziehen! Mir ist nicht gut. Wir ziehen aber erstmal aus. Genau, wir ziehen jetzt erstmal aus. Ich helfe dir mal ein bisschen. Ja. So, wir holen jetzt einfach das Kissen hier raus. Genau. Zack. Das ist erstmal nackig. Das legen wir jetzt drüber. Jetzt würde ich sagen, ich halte mal hier unten fest. Ich glaube, zu zweit geht es ein kleines bisschen einfacher als alleine. Ja, komm mal hin. So, warte. Zack. Genau, hier ist er schon mal drin. Weißt du zufällig, was in den Polstern drin ist bzw. in den Sitzpolstern? Genau und da hast du drin Federkern und Schaumstoff. Okay. Genau. So, wir sind hier auch fertig. Ja, ganz einfach. Das Kissen ist drin, ist alles fest. Guck mal auf diese Seite und versuch mal einmal, ja, hochzugreifen. Hochzugreifen? Ach, du meinst hier? Reinzugreifen und hochzugreifen. Aha. Ein Bettkasten. Genau, richtig. In dem Lawnchair hast du diesen Bettkasten mit drin. Und der ist auch ganz schön gut. Ja, definitiv. Also da passt eine Menge rein, egal was du möchtest. Und vielleicht kann das die Kamera einfangen. Hier gibt es zwei Lüftungsschlitze drin, das heißt, der Raum ist gut durchlüftet, es stockt nichts und es lässt sich super easy mit einer Hand da runterfahren und auch super easy mit einer Hand hochfahren. Also wirklich kinderleicht. Und Melanie, man hat ja tausend Millionen Möglichkeiten, alles zusammenzubasteln. Man kann das riesengroße erweitern. Wenn man umzieht in eine größere Wohnung, packt man sich einfach noch zwei, drei Teile dazu. Genau. Oder du sagst, du hast auf einmal ein paar Räume mehr. In den einen Raum kommt vielleicht der Zweisitzer und in den großen Raum halt diese ganze Wohnlandschaft. Also du bist da total frei in deiner Auswahl. Super schön. Und eins gefällt mir auch noch sehr besonders. Und zwar ist das hier das Material, die Struktur. Das ist wie so eine Leinenoptik. Also ganz schön probes Material. Finde ich sehr, sehr schön. Fühlt sich auch gut an und vor allen Dingen ist es auch super bequem, wenn wir uns einfach mal ein bisschen anlehnen. Sehr gerne. Also ich finde, du hast auch einen richtig guten Sitz und ist bequem und einfach total gemütlich. So, kommen wir zu einem Lieblingspunkt von mir. Essen und trinken im Bett und auf dem Sofa. Was ist, wenn es kleckert? Ja, gar kein Problem. Gibt es da einfach in die Reinigung. Und da ja wir festgestellt haben, dass du jedes einzelne Teil einzeln abziehen kannst, ist das auch ganz simpel zu händeln. Cool. Und der letzte Punkt, der auch noch ganz wichtig ist, weil ich hier gerade hinten so ein bisschen lang streichle und lang fasse. Auch der Rücken ist bezogen. Das heißt, auch dieses Sofa können Sie einfach frei im Raum irgendwo hinstellen. Sie können es als Raumtrenner benutzen. Also es sieht von hinten genauso schnuckelig aus wie von vorne. Okay, Melanie, ich würde sagen, dann lass uns doch noch einmal ganz kurz die Highlights zusammenfassen von Polly. Und ich fange mal an mit dem Preis, weil es wirklich ein Knaller ist. Auf dem bereits rabattierten Preis bekommen Sie noch mal 15 Prozent im Konfigurator. Das heißt, egal was Sie sich nach Lust und Laune zusammenstellen, 15 Prozent on top. Super. Ja, und du hast es gerade gesagt, Konfigurator erklären wir auch noch mal. Du hast halt einfach die Möglichkeit zu sagen, Einsitzer, Zweisitzer, Dreisitzer, alles ist möglich und du kannst es dir individuell zusammenstellen. Und absolut mein Highlight und ich muss ihn noch mal aufmachen, weil ich finde ihn wirklich super. Ganz easy mit einer Hand und ich war gerade nicht viel beim Sport. Hier noch mal sehen Sie den Stauraum. Es passt so viel rein. Ich finde Polly richtig cool. Und ich fand es auch richtig cool, dass du heute wieder mal da warst. Macht immer sehr viel Spaß mit dir. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Nächste Woche geht es natürlich weiter mit einer neuen Folge der Höppi Show. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin machen Sie es gut und einen wunderschönen Tag. Ciao.